Hallo, 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 noch Ölpigs Musik anmachen, sorry für die Verspätung. So. Ah, funktioniert, okay, super. Und ich will noch eben den Multi anhängen. Show. 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 Vielen Dank. Okay. So, wir wollen hier auf Höhe 10 kommen. So. 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 Und warum baust du die um? Ah, okay. Ja, macht Sinn, ne? Okay. Also ich hab meinen auch erweitert. Ich muss da nur noch ein paar Sachen machen, sodass das ein bisschen anders alles aussieht. Also ich brauch bedeutend mehr Blöcke. Oder ich baue das Gesamt ab und lass es nur über... Oh. 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 Tape. Das ist relativ günstig herzustellen, aber damit kannst du diese Chests einfach abbauen, trotz massiv Inhalt. Genau. Auf Englisch halt Package Tape. Auf Englisch. 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 ach so L-Spezial-Technik so wait for it eh wow das war nicht geplant ok oder man kommt so hoch lol wie geil das war nice und dann können wir den jetzt hochziehen und ja äh nee ich kenne Final Factory nicht alter ist das laut das war's nicht und dann dritt doch wie soll das ist und dann dritt aber ja das ist und dann dritt Okay. Es sieht irgendwie komisch aus. Muss ich mir mal angucken. 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 Finder für Sachen aufheben. So. 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 So, ich will eben nur was ausprobieren, Moment, zurück zum Hauptmenü, ja, Server Stom. So, ich will nur was ausprobieren, Moment, zurück zum Hauptmenü. So, ich will nur was ausprobieren, Moment. So, das sieht echt so ein bisschen nach Dyson Sphere und Factorio aus. So, ich will nur was ausprobieren, Moment. So, ich will nur was ausprobieren, Moment. So, ich will nur was ausprobieren, Moment. Hm. So, ich will nur was ausprobieren. So, ich will nur was ausprobieren, Moment. So, eben Backup Files runterladen. Okay, habe ich beide Mods, Core. Oops. Oops. So, eben Backup Files. So, Server wird wieder gestartet. So, aber ich hatte hier noch irgendwas letztens auf der Spielliste draufgepasst. Das hier. Astrometica. So. 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 gespielt. Ja. Zum Glück Komplett Backup und so weiter gemacht Ja doch doch Der Start die ganze Zeit neu Das ist das Problem Ich hab versucht Ne Mod einzufügen Die Ein zusätzliches Ding Dazu bringt Was leider nicht geklappt hat Und guten Abend Und Ja. Jektor Untertitelung. BR 2018 Ey, Link, du hast doch gerade mal angefangen. Das dauert doch noch ein bisschen. Das dauert doch noch ein bisschen. Das dauert doch noch ein bisschen. Oh. Ja. Ja. Ich habe das leider verwechselt, aber ich sehe das wie folgt. Solange du Spaß hast, ist doch alles gut, auch wenn du noch nicht bei Netherread bist. Das dauert doch noch ein bisschen. Oh nein, ich habe es oben... Oh Gott, nein. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, ich würde es genauso machen wie Zuschauer und schnellstmöglich die Antennen zu verbessern Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Dann erzähl mal, wenn du damit angefangen, beziehungsweise durch bist. Das würde mich auch mal interessieren. Ah, die Rettung naht. Hier stehen Streams Start. Das heißt, es dauert nicht mehr lange. Weil ich bin aktuell gefangen. Habe ich auch, hey? Okay. Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe dann mit dem Tinted Glas das auf der Plattform gemacht und dann einfach Ruf geballert. Echt? Wie das? Ah, okay. Ja, ja, ja. Ähm, musst du ins Nether gehen und natürlich, äh, Wizard klatschen. Oh, oh. Oh, yeah. Help. Hört man mich? Hilfe. 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 Nicht runterspringen. Hilfe. Und man hört hier unten links mehr. Haha. Oh Gott. Nein, ich. Was? Jetzt läuft sie da auch noch wieder weg. Anstatt den Fahrstuhlknopf rechts zu drücken. Alter. Äh, ich rede mit Manni. Ich guck grad ihren Stream. Sie ist einfach weggelaufen. Und die hört mich da oben nicht. Und ich hab ihr grad in den Chat geschrieben. Ah, sie lässt den Fahrstuhl runter. Sauber. Ja, ich hab... Oh nein. Ach doch, das geht ja noch. Ja, ich hab Spielen unter Aufsicht. Alter, braucht der lange. Hallo. Ab wann kann man was hören? Test, test. Hä? Oh, ich glaub mein Spiel ist bugged. Eh, doch nicht. Hi! Endlich! Ein Lebenszeichen! Ich stecke hier seit 10 Minuten... Ne, ne Viertelstunde schon fest. Oh. Ups. Ja, alles gut. Ich hab den Fahrstuhlknopf oben vergessen. Dauert ja auch zum Glück gar nicht so lange hier runter zu kommen, was? Ne, oder? Oh Mann. Hätte ich den Fahrstuhlknopf mitbringen sollen. Äh, den, 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 den hole ich jetzt. Aber wir sind auf Höhe 10. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch in die... ...andere Richtung graben. Hm. Und, was für einen Kuchen gibt es? Äh, Apfelkuchen. Apfelblechkuchen. Oh, geil. Ja, der hat auch schon so richtig gut gerochen einfach. Aber nachdem mein Abteilungsleiter dann... ...gestern... ...ne Rundmail... ...also keine Rundmail, aber eine Teams-Nachricht geschrieben hat... ...würste ich... ...sie hat ihre Prüfung bestanden. Es darf gratuliert werden. ...komme ich jetzt nicht mehr drumherum, da irgendwas mitzubringen. Das ist auch ein bisschen gemein von ihm. Ja. Alter, dieser Kack-Fahrstuhl. Kann man den eigentlich leiser machen? Meine Frage wäre eher, ob man ihn schneller machen kann. Ähm. Oh. Boah, eingeparkt. Also Zuschauer... ...zuschauer will vier Quadratmeter haben. Oh Gott. Das ist trotzdem... ...dab ich vier Kilo Äpfel geschält... ...und... 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 ...ja, lustig... ...wahrnsinnig lustig, wirklich. Was zur Hölle? ...haftig auch total viel Spaß dran. Ja, glaube ich überhaupt nicht. Ich war schon froh, dass meine Mama den Kuchenteig gemacht hat. Ja, Sahne ist natürlich dabei. Oh. Hätte ich fast vegane Sahne gekauft. Äh, sorry? Ja. Gar kein Problem. Überkam dich so, ne? Ja, ne, vegane Sahne schmeckt mir überhaupt nicht. Also dann eher ohne. Ich hab sie noch nie probiert. Ja. Und Link will Quadratmeter haben. Äh, ne, Kubikmeter. Aber ich glaube, dann wird der echt ekelhaft. Ah, ja, dann ist der in der Mitte ja überhaupt nicht durch. Oder ich muss halt ganz viele Bleche backen und dann schichten. Warte, ich guck nicht wieder, ich muss was zeigen. Okay. Läuft sie einfach weg. Ah, verdammt. Die hat ein Funk-Headset. Vier Kubik sind 4000 Liter. Alter. Ja, einmal so ein, so ein Block voll. Ach, verdammt. Jetzt hab ich den anderen oben vergessen. Ähm, ich hab, ich hab ja gestern von der Harry-Potter-Tasse erzählt, die ich geschenkt bekommen hab, ne? Du hast sie schon kaputt... Ach so. Oh, geil. Oh, das ist die... Das ist die Schibitasse, die ist mega. Ja. Ja, und halt, ne, ähm... 60 Euro Steamboot haben. Kann man auch nicht meckern. Nö. Also vier Kubikmeter Sahne und dann außenrum mit, äh, Kuchenabdichten. Oder ich mach es so. Ich, ich leg die vier Kubikmeter quasi aus, mit Kuchenausbrüßen rum, so als Hülle. Und dann, äh... Dann kommt die Sahne innen rein. Ja, das hat Link gerade beschrieben. Ah, okay. Aber das ist auch eklig. Oh, und er hat die... Äh, Sirius-Black-Tasse. Ah, nee, innen geschichtet. Okay, oh, geil. Das wär... Ja, ich hab nur Zelda-Tassen. Ja, quasi Kuchen, Sahne, Kuchen, Sahne, ja. Ja, ja. Oh, nee, oh. Das wär ein bisschen viel Sahne, glaub ich. Und ein bisschen viel Kuchen, bei vier Kubikmetern. Ja, und dann sind alle deine Kollegen laktoseintolerant. Und dann nur eine Toilette. Äh, dafür würde ich bezahlen. Ja, ciao. Dann kommt dann so eine Warnmeldung beim... Äh, nee, äh, gibt's bei euch bestimmt auch so diese Polizeimeldung.com oder DE oder sowas. Wo dann aktuelle Polizei oder, äh, allgemeine Meldungen gegeben werden. Und dann einfach, ja, komplettes Unternehmen ausgenockt. Oh Gott, Slalom. Ähm. Geil. Ah, warte. El Momento. Ah. Kack. Streaming-Software. Ha. Discord. Du hast mir ein Foto geschickt von da, wo wir hin müssen. Stimmt. Acht Kubikmeter Streusel ist auch... Ich weiß nicht. Ich glaub, da müsste man in der Großküche arbeiten, damit man... ...überhaupt da Zugriff drauf hat. Und selbst da, das... Also... Äh... Ja, das dauert auf jeden Fall ein bisschen, das zuzubereiten. Das ist ja fast beim Forschungslabor. Ja. Ach ja, ich hab schon wieder versucht, ein Mod zu installieren. Das hat nicht geklappt. Ich wollte so ein Auto-Pick-Up-Mod machen, aber... Naja. Um... Ähm? Könnten Sie mir diesen Wagen bitte freigeben? Ach, dass du das nach wie vor noch machen musst, ne? Das ist... Hm. Naja, gut. Ich mein, auf größeren Servern würde es halt Sinn machen. Ja, auf jeden Fall. Ich hab schon wieder zu viel Minecraft gespielt. Mit dem Aufheben, oder? Ne, mit dem schnellen Laufen. Ach so, ja. Ich drück die ganze Zeit Steuerung und wundern mich, warum ich so langsam bin. Hm. Ich drück die ganze Zeit. Warum hab ich denn bitte nicht genug Platz im... Achso, weil das was anderes ist. Okay. Ja, ich glaub, wir müssen aufhören, über Kuchen zu reden. Link überkommt die Fleischeslust. Oh, so ein fesses Schnitzel wär jetzt auch geil. Ich berichte nicht, was ich zum Abendessen hatte. Ich hatte wieder meine Nudeln mit Metenten und Käsesauce. Ich dachte mit Fake... Zeug. Hier, wie heißt das gleich noch? Äh, die Fake-Tomaten-Bolognese-Soße. Nee, nee, nee. Dieses Mal war es quasi auf sich... Ach, scheiße. Ich hoffe nicht. Au, wann! Nein, mit Tomatenmark und Käse. Geil. Oh, verdammt. Ich seh schon, den Boden müssen wir nachher noch mal, äh, ausbessern. Naja, du kannst einfach die Teile hier... Ah, nee, kannst du nicht. Ist kein Minecraft. Leider. Ich glaube, wir können langsam anfangen, nach links zu gehen. Nö. Ja, wohl ein bisschen müssen wir noch. Guck mal nach oben links. Ne, zum Bernsteinzimmer buddeln wir nicht, sondern wir buddeln an den Arsch der Heide, weil hier Eisen rumliegt. So, also, ich glaube, die Dinger, die spawnen hier nicht, ne? Das, was hier auf dem Boden liegt? Ja. Nee. Weil die sind ja geplaced. Ja, dann... Dann können wir gleich auch erstmal eine ganze Menge einsammeln. Oh Gott. Ja, hier kann man leider keine automatischen Farben bauen, sondern man muss... Äh, man muss das leider alles händisch machen. Ja, ich bin, ja... Ja, hier kann man aber auch gemeinsam auf einer Ach. Ja, ich bin, ja. Ja, ich bin... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh Gott, ein Steck im Kuchen. Und es ist auch nicht feierlich, würde ich sagen. Das hier ist auch festgepackt. Oh Gott, ein Steck im Kuchen. 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 Huiiii. Hier oder so hingraben müssen. Oh Gott. Was denn? Ach, nix. Hä? Oh. Stimmt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann Alter Schwede, ey. Und damit sollten wir eigentlich dann am Ende überhaupt keine Eisenprobleme mehr haben. Da hinten geht es auch noch weiter, Alter. Alter Schwede, ey. Alter Schwede, ey. Vielen Dank. Ja, Gott. Die armen Menschen, die das dann auch noch betreuen müssen. Stell dir das mal vor, da sind ja nicht nur Feuerwehrleute dabei, sondern wahrscheinlich am Ende auch noch Klempner. Weil die Toilette von den Leuten so zugehauen worden ist, weil die so viel Kuchen gegessen haben, dass die alle am Ende eine übelste Verstopfung haben werden. Und dann, wenn die Toilette von den Leuten so zugehauen, dann, wenn die Toilette von den Leuten so zugehauen ist, dann, wenn man das nicht mehr so zugehauen kann. Jaja, aber wenn da so viele Feuerwehrleute, die dann auch noch frei essen müssen, geht es ja auch noch weiter, also das muss ja auch noch irgendwo alles hin. Sag einmal, du hättest das Ding auch einfach alleine hochfahren lassen können. Achso, ich fahr auch mit. Ja, da hab ich gemerkt. Ja, das wird ein Einsatz für die Geschichtsbücher, bei der Menge an Kuchen und kackenden Leuten und und und. Ja, ich wollte... Bitte was? Ja. Ich hab schon leer gemacht. Ah, warte. Warte, fährst du den Wagen denn jetzt raus? Ich zeig dir Trick 17. Ah, ich wollte eigentlich nicht runter. Äh, du kannst einfach mit dem Wagen ins Loch reinfallen, bis in 10 Sekunden unten. Ich wollte mal gucken, wie... Was der Große kostet. Achso, ja. Ja, äh, bis gleich. Bis gleich. So, dann kann ich auch noch die Spitzhacke reparieren lassen. Oh. Ja. Ich übers natürlich auch noch nicht. War das die hier? Auch nicht. Wir müssen Öl bekommen. So, dann gucken wir doch mal da hinten. War hier vielleicht noch irgendwas mäßig lagertechnisch drin? So. So, da ist noch ein Aufzug. Wo habe ich denn? Moment. Oh, guck mal hier. Gab es nicht irgendwo den Industrie? Hä? War das denn hier Industrie? Ah, den kann man herstellen. Ah, Roboter Flachstahl, Stahlgetriebe, Kupfer. Okay. Das dauert wohl noch ein bisschen. Aber das wäre dann am Roboter Fertigungsstraße. Wo kann man die bauen? Wahrscheinlich hier. Ja. Ja. Wir müssen also Elektronik freischalten. Sauber. gott. D Undного wald. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. How about that? Oh, oh. Oh, oh. Das war's für heute. 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 Das ist voll schlau. Da hätte ich selber drauf kommen können. Naja, vorausgesetzt, man hat halt kein volles Inventar, ne? Äh, ja. Aber es ist schon krass, wie riesig das hier jetzt einfach schon ist. Und ich meine, wir haben ja wirklich nicht mehr ansatzweise alles an Eisen abgebaut. Nee. Ich weiß nicht, ob wir hier auch weitermachen sollten. Was meinst du? Ich glaube, wir haben jetzt mehr Eisen, als wir jemals hatten. Und jemals brauchen werden wahrscheinlich. Äh, das weiß ich nicht. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus. Das Ding ist, wir sind halt immer noch nicht da, wo ich, äh, in der Höhle gefangen war. Nee, da müssen wir noch weiter in die Richtung graben. Nee, ich glaube... Ach doch, nee, wir müssen hier lang. Die möchte ich zumindest noch kurz finden. Ja. Also kann ich... Oh Gott. Ja. Also kann ich... Warte, ich könnte ja auch mal auf den Screenshot gucken, wo genau das war. Ja, das war genau vor dem Forschungslabor. Discord, was ist deine Mission gerade? Außer nichts. Okay. 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 Das war's für heute. hier sind wir zu weit irgendwie hier in die richtung also hier haben wir zumindest schon mal andersfarbigen stein 348 warte mal jetzt bin ich ja hier auch viel zu hoch wieder aber das kann ja nicht sein 693 ach ich bin ja auch bei 55 warte mal hä ja du musst 48 ach ja doch genau da müssen wir auch glaube ich dann gleich wieder noch ein stückchen runter ja auf 14 oh oh god was hast du denn hier getrieben ach übrigens hier ist vielleicht also ja hallo ich möchte hin weiter runter bitte spiel bitte lass mich lass mich hier runter tauchen bitte ja es ist warst du hier hinten in der höhle komm mal hier nach hinten oh god weißt du was ich meinte mit kleiner kleines erzvorkom das ist halt einfach so dumm gewesen ich habe das echt nur gemacht damit ich meine hungergeulen verbrauche ah hilfe noch eins also falls wir noch mal eins was 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 falls wir noch ein bisschen eisen brauchen ich hätte da dann noch was abgebaut ja ja ich meine wenigstens hat uns das spielreich beschenkt dafür dass ich einmal quer durch die prierie gefallen bin aber ist das spiel bei dir auch so dunkel geworden ja äh ja also es ist nicht dunkler geworden als vorher aber äh wo ist denn hier jetzt das ausgang nochmal hier ah perfekt ich muss hier raus hallo SOS Hilfe das hat es jetzt unbedingt besser gemacht ja also wie gesagt eisen würde uns erstmal nicht mehr mangeln nee oder naja eher so nie wieder und alles andere auch nicht nee alter wie lange hast du gebuddelt ja fällt gar nicht auf ja ich hatte halt alles voll ne also die komplette Essensleiste quasi und die musste ich loswerden damit ich ertränken kann irgendwie musste ich ja wieder rauskommen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich bin jetzt voll mit ZDF. Der Karren auch? Ja, ich glaube ja. Oh, Moment. Ach ja, das ist erklärt, warum ich das Eisen noch im Inventar habe. Ja, ich würde sagen, dass wir es dabei erstmal belassen. Falls wir noch was brauchen, können wir dann einfach das aufheben, was schon abgebaut ist. Oh, bitte nicht. Warte, wenn ich von hinten schiebe vielleicht? Auch nicht. Nee, hier ist ein Granitklumpen raus. Besser? Oh, ja. Wunderbar. Ähm. 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 Sind wir zu schwer? Nee. Ich habe vielleicht ein Mist gebaut. Kann man Fahrzeuge irgendwie noch umdrehen? Nein. Ähm. Hups. Ah. Hier, äh, komm mit. Versteh das schon. Ja, warte. Was hast du getan? Ich habe keine Ahnung. Okay, cool. Wir stellen keine Fragen. Ist besser so. Und ich jinx jetzt nicht, äh, nichts. Ähm. Da warten wir erstmal, bis wir oben sind. Mhm. Ich mampfe in der wei-, in der Zeit weiter Celebrations. Ich auch von meinen Arbeitskolleginnen geschenkt bekommen habe. Geil. Ähm. Ich habe nichts. Ich hatte auch noch Lakritze da. Ja. Tagesflücht. Ja. Ja. Es ist ein bisschen voll. Alles. Was? Wenn du unter Nutzung gewähren für standardgemäß den anderen hinzufügst, kannst du das immer abbauen und hin platzieren wie du willst. Das bleibt dann bestehen. Ich gehe mal auf die Suche nach dem Lager. Ich gehe mal auf die Suche nach dem Lager mit dem Lager. Ich gebe mal an einen Jager. Ich gehe mal an den Lager. Ich gehe mal an den Lager. Ich gehe mal an einen Jager. Ich gehe mal aus. Ich gehe mal an den Lager in ein Jager befestigst. Ist hier drin vielleicht noch was? Oh. Ein Bauholzlager. Zwar ein kleines, aber das reicht erstmal. Nice. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Dann müssen wir hier mal gucken. Wir brauchen moderne Forschung. Fortgeschrittene Forschung und Grundlagenforschung. Willkommen zurück. 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 War das 15? Ja. Dann machen wir noch Holzbauaufträge. Wir haben kein Öl mehr. Nee, Breast Edge kenne ich gar nicht. War das 15? 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 Kann nicht. Kann nicht weggehen. Das habe ich auch noch nicht gelernt. Äh fá? Können wir pennen gehen gleich? Na klar. Haben wir schon irgendwo ein Forschungspapier mit Öl oder so? Noch nicht, glaube ich. Doch, Ölbohrung, da ist es. Oh, ja, dann haben wir es schon. Weil das habe ich noch nicht gelernt. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ah, okay. Hm. Wäre ja auch interessant anzugucken. Oh, mein Gott. Stahl und Rebars. Also, ein Sieg. Müssen wir erstmal die Rebars herstellen. Die Rebars. Untertitelung des ZDF, 2020 Können wir vielleicht eine Runde pennen gehen? Mhm, kannst du mir verraten, was das Tier hier macht? Ähm, vorbereitende Maßnahmen für die Zukunft. Ah, ja doch, doch, ja, jetzt, wo du es sagst, mhm. Jetzt, ich, ich habe schon in deinem Stream gesehen, jetzt hast du rechts, die wunderschöne Leistung mit Player Name. Ja. Oh, warte mal, einfach mal liegen bleiben. Was genau versuchst du da? Man muss immer die, äh, Dingsons abteilen. Ach, verdammt. Sonst geht der gesamte Fortschritt nicht weiter. Ach, wo mein Gesicht gerade drüber hockt. Guck mal, ob da eine ist, ansonsten im Kapus. Nee, wenn dann rechts in der Ecke. So, mal kicken, ob das weiterläuft. Gut. 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 Vielen Dank. So, das angeschmissen. Oh. Oh. Bananen Samen anfeilen. Damit die besser in die Erde sprießen können oder was ist der Grund dahinter? Wow. Genau. Genau. Okay, also so wie gedacht. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Ist die nicht toll? Was machen Sachen? Oh, ich habe dir ein bisschen Beton und Holz rumgebracht. Danke. Beton. So. So, fortgeschritten. Ingenieurswesen 5. Oh Gott. Okay, also holen wir nochmal ein Runde Eisen. So. Das war's. Okay. 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 Warum bewegen sie sich ohne sich zu bewegen? Weil ich's drauf hab. Hm. So und wir müssen jetzt schlafen gehen. Okay, gut, dass ich eingestiegen bin. Jo. Äh, wie geht's, wie steht's? Soweit alles super. Und bei dir, wir haben eine riesige Eisenerzader gefunden. Die muss ich dir gleich eben zeigen. Oh, sie ist sehr klein. Hm. Gleich räumen wir rittwärts. So klein. Ich hab oben mal umzäunt, damit man nicht aus Versehen rausfallen kann. Okay. Hallo, ich möchte hier gerne schlafen. Nein. Was zur Hölle? Ähm. 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 Nee, warte. Ich glaub dein Spiel ist ein wenig bugged. Meins? Ja. Ja. Nein, das liegt an dir. Aha. Das glaub ich nicht. Ich verabschiede dich wieder und wir schreiben uns nächste Woche zusammen. Alles klar. Mach das dir noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Bei dir bei dir. Tschüss. Äh, äh. Tschüss. Ich, ich würd mal mein Spiel neu starten. Hehe. Ich weiß auch nicht warum. Ich fühl mich, äh. Äh. Ähm. Vielleicht sollte ich meins auch neu starten. Ja, vielleicht. Wie gut. Bis gleich. Bis gleich. Ja, wir starten ja nur eben fix die Spiele neu Und ja, dass sie einen Megakuchen gebacken hat Das erzähle ich ihr gleich So Spielen Spielen Also, kommen wir zur besagten Eisenerz, Nina Auf Wiedersehen Bye, bye So, dann können wir uns unsere Forschungsprojekte mal angucken Beziehungsweise, verdammt, ich noch eins Ich hätte den Wagen mitnehmen müssen Und dann können wir uns unsere Forschungsprojekte mal angucken So Wieso hat er denn nur 30 gemacht und 20? Oder? Moment Wir brauchen 40 Ja, okay Das passt Ja, okay Vielen Dank. Eisenbarren sollte ich auch noch mal mitnehmen. Eisenbarren sollte ich 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 mitnehmen. Das sieht auch nicht viel besser aus. Wir haben fast Elektronik. Was ist eigentlich hier passiert? Das hier? Ja, musstest du Blöcke loswerden? Nein. Du bist ein schlechter Lügner. Hier sind ja nur zwei Löcher im Boden. Ja. Und da hast du es nicht bis zum Auto geschafft? Nein. Ja. Musstest du alles, was du aufgenommen hast, direkt wieder auskortzen? Ja? Musstest du das sein? In der Ecke? Ja. Auf dem guten Holzboden? Hm? Ja. Schämlich. Ich hab dir da schon eins von diesen Dingern da hingelegt. In irgendeinem... Wohin? Weiß ich grad nicht. Moment. In Forschung 2. Danke. Oh Gott. Und jetzt brauchen wir Blattgold. Dafür brauchen wir ja grundsätzlich erstmal Gold. Wo findet man Golf? Äh, Gold. Und wo kriegt man Öl her? Ähm. Weiß ich nicht. Oh, in Regenwäldern. Naja, da haben wir ja auch einen relativ nah. Ja. Ähm. Haben wir... Kannst du noch so einen Bohrer bauen? So einen neuen meine ich. Aus Eisen oder Stahl oder wie auch immer. Weil dann würde ich mich auf die Suche nach Gold machen. Ähm. Ja. Moment. Echo Game Oil. So. Wow. Anscheinend braucht man für Öl überhaupt nichts. Also wird Öl quasi aus Luft und Liebe gemacht? Ja. Wow. Äh. Lala, danke übrigens. Haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Also hauptsächlich Money, alles was hässlich aussieht, habe ich gebaut. Wie zum Beispiel diesen Eingang mit Sand. Wie zum Beispiel diesen Eingang mit Sand. Der ist von mir. Das ist unverkennbar. Den Eingang mit Sand. Was für ein Sand? Äh, die Erde hier oben. Das, was Gras geworden ist von unten. Ach so. Oder ich weiß, wie man Bäume pflanzt. Na, ich frag mich bis heute, wie du das hingekriegt hast. Geil, oder? Ja, aber die kann man doch eigentlich gar nicht nebeneinander platzieren. Tja. It's magic. Oder ist es einfach ein harter Bug? Ich tippe eher auf zweiteres, aber bleiben wir dabei, dass es Magie ist. Machst du mir jetzt so einen Bohrer? Na, wo finde ich den denn? Weiß ich nicht. Ach, dann sind wir zwei. Also, hier gibt es einen Eisenbohrer. Haben wir auch noch was besseres? Weil damit kannst du irgendwie nur 20 Blöcke nach unten buddeln. Hm. Stahl wäre ja mal so. Stahl wäre ja mal so. Ach, kein Beton. Ja, dafür brauchen wir Öl und synthetische Sachen. Also erst Öl. Hm. 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 Ja, hadi. Ja. Ja. Ja, ja, nee. Ja. 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 Ja, schon einiges. Zum Bittenwatt. Ja, das ist dein eigener. Der Hund hat genau so einen an der Klatsche wie ich. Tja, das färbt ab. Naja, man sagt nicht umsonst, dass Wunde sich ihre Besitzer aussuchen. So, im Wagen ist im Kofferraum. Hä? Okay, ich hole erstmal Beton. Joa, und bei dir? Was geht? Blasphemie! Was? 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 Ich sagte, das ist Blasphemie. Was ist Blasphemie? Äh, kochen und backen. Ah. Mhm, mhm. Wo bist du? Warte, da oben. Also hier im Kofferraum. Ja. Danke. Bitte, bitte. Gut, dann verziehe ich mich mal in den Regenwald. Lass vorher noch pennen gehen. Okay. Okay, bis morgen oder später. Und... ...Koffenrohr. Äh, freut mich, dass alles bestens ist. Okay, ich fange beim Zocken. Ach, Moment, jetzt wäre ich fast mit dem Aufzug runtergefahren. Hahaha. So. Viel Spaß dir. Jo, danke. Ähm, ich habe hier übrigens mal die Dinger wieder gebaut, weil das mit dem Wachsen funktioniert hier irgendwie nicht so gut. Oh, schade. Okay. Hm. Also keine Haare. Nee. Ähm, in dem Spiel geht es eigentlich darum, äh, einen Kometen abzuwehren. Den haben wir aber deaktiviert. Und sonst baut man, äh, eine Siedlung auf, Society, das ist eigentlich gedacht, dass du mit richtig vielen Leuten das Ganze spielst. Wir spielen das aber zu zweit, weswegen wir das halt alles ein wenig kleiner gemacht haben und uns die, ähm, Einstellung so umgestellt haben, dass es eigentlich ein Einzelspielerspiel ist. Und haben uns da ein paar nette Sachen dazu geholt. Ähm, ja. Ähm, ja. Boah, das ist, ich habe das vor Uhrzeiten mal gespielt und dann hatten wir uns im Stream darüber unterhalten und gesagt, okay, why not, spielen wir das mal eine Runde. Und man kann hier halt richtig viel Zeit rein verplempern. Oh. 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 So. Mülllager. Wie stellt man Fässer her? Fast. Wir brauchen Eisen. Oh nö. Okay, dann weiß ich, was ich tun muss. Oh, ich habe Eisen auf dem Karren. Weiß. So. Klaimers. Äh, fast, fast, fast. Ja. Klaimers. 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 Kya. Ah, Tab. Das wollte ich machen. So, Ölbohrung. Na, Raffinerie. Wo kann ich denn die Raffinerie herstellen? Mechanische Fertigungsstraße. Okay. Ups. So, Ölbohrung. So, Ölbohrung. So, Ölbohrung. Okay, hier nicht. So, Ölbohrung. So, Ölbohrung. So, Ölbohrung. So, Ölbohrung. 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 So, 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 Ölbohrung. Ein Golderz. Mhm. Oh. Ja, guck, guck, guck. Mehr als eins. Ja. So, jetzt brauche ich nur ein Lager. Ich habe eins dabei. Das ist sehr gut. Bitte schön. Perfekt. Und vielleicht ein Aufzug. Wir können den von deiner Küche nehmen. Dann brauchen wir dich noch einbauen. Ja. Und ein Karren, damit ich... Also ich meine, der Aufzug bringt mir jetzt gerade noch nichts. Aber den Karren... Damit ich mich runterbauen kann. Ich meine, so viele Blöcke sind es ja jetzt nicht. Nicht so viele wie... In unserem Rathaus. Zwei Streams. Völlige Buddelaktion, ey. Bin der Maulwurf. Ja. Äh, wir müssten aber nochmal schlafen gehen. Ja. Du bist aber als Burger eingetragen. Ach, du darfst die nicht abbauen. Ja. So, jetzt hast du auch die Besitzung gekündigt. Vor allem ist es eigentlich meiner. Hehehe. Nja, Bullen! Und Dragon ist das Sarkasmus? Nein, bestimmt nicht. Achso, Moment. Ich hab dir ja noch gar keine Rundtour gegeben. Ach, das Dach ist übrigens noch nicht fertig. Hier steht, äh, ein Ding drin. Und hier oben steht, glaub ich, nichts mehr. Äh, ja, schlafen geht. Ich komm schon. Und ja, unsere Betten stehen im Rathaus. Jo. Und hier oben steht, äh, ein Ding drin. Äh, wo hat er sich hin platziert? Ah. Und rückwärts. Und hier oben steht, äh, ein Ding drin. Oh, what the hell. So, Rohre. Eingabe, Ausgabe, Abwasser. Smog hat er auch noch. Und der hier hat Rohre. Und der hier hat er auch noch. Und der hier hat er auch noch. Okay. 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 Zitzen. So und ich wollte hier einmal gucken War das hier Für den Knopf Der hier Nein Der garantiert nicht Vielleicht das hier Auch nicht Dann Hier auch nicht Bei dem hier So ich gucke nämlich parallel den Stream Von Money Und Die braucht gleich mal Unterstützung So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ähm. Loll. Ähm. Hallo. Guten Tag. Möchtest du den nochmal abbauen, weil ich glaube, so komme ich da nicht runter. Dann schiebe ich eben den Wagen weg und dann sage ich Bescheid. Selbst wenn, muss ich den Wagen so hinstellen, dass ich ihn auch wieder mit nach oben... Ne, muss ich nicht. Äh. Du kannst. Ich komme da ja gar nicht rein. Ich bin ja voll in die Idee, geht man nicht rein. Es ist ja schön, dass er jetzt fast bis nach unten kommt, aber rein komme ich halt trotzdem nicht. Also tiefer komme ich nicht. Ja, ich weiß. Ich, ähm, korrigiere diesen Fehler umgehend. Ich bin ja voll in die Idee. Ich bin ja voll in die Idee. Jetzt kommst du ganz runter. Ich war ja erst letzte Woche krank gewesen, oh no, ich hoffe es geht wieder besser. Hey. Lass der mich hier einfach unten stehen, ich komm nicht rein. Tja. Ich bin zu groß, hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen kann. Gibt für alles das erste Mal. Ja. Ich find's auch faszinierend, dass der Fahrstuhl keinen Strom braucht oder sonstige Energie, sondern einfach random mitten in nem Urwald. Ja, das funktioniert genau so. Oh, schade. Hast du versucht den abzubauen, während ich noch da drin war? Nein. Wie gesagt, das ist ziemlich schlecht. Ah, ich will nach Hause. Ey, nicht petzen hier. Ja. 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 Zitzen Ja. also wir haben jetzt die raffinerie das hier braucht industriell, wie viel brauchen wir denn, oh Gott, Glaswasser verstärkten Kunststoff, wofür bekommen wir den? Elektronik Fertigung, die kriegen wir aus dem Herstellungstisch, ne, die kriegen wir aus dem elektrischen Montagetisch, Elektronik Fertigung, Stahl und Nieten, Wir sehen uns im nächsten Mal, Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Den habe ich noch nicht verstanden. Das war's für heute. Das war's für heute. Also, wie viel brauchen wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Six, zwei, fünf. Six, zwei, vier, fünf. Stromnetz hat nicht genügend elektrische Leistung. Na toll. Warum dit? Ah. Wasser. Ah, okay. Herstellung, elektrische Wasserpumpe beauftragen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So. 2 min. Zwei. Zwei minuut 21. Ey, was soll denn das? Drang, das geht zu weit. Drang, das geht zu weit. Ja, du bist bestimmt auch nicht besser. Du bist mir ja weit voraus, also... Ja. Ich könnte aber froh sein, dass das Mikrofon anscheinend nicht so gut ist, dass man das Knacken hört zwischendurch. Wenn ich mich strecke. Deswegen erkennst du das auch sofort. Ich hab dich durchschaut. Okay. 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 Ja, kann ich vollkommen verstehen. Ich habe zum Glück ab heute frei für unglaubliche fünf Tage und dazwischen muss ich noch auf eine Hochzeit nach München runterballern. Das heißt erstmal schöne 800 Kilometer durch die Gegend juckeln. Da frehe ich mich drauf. Da frehe ich mich drauf. Das ist ungefähr eine Stunde von München weg. Das ist ungefähr eine Stunde von München weg, also... Ja... Dann auch noch schön mit zwei Kindern an Bord. Das wird auch funny. Die... ... 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 Ja, wir haben nur eine Switch. Also kann ich meiner Nichte da nix Gutes tun. Bitte, bitte. So. Dankeschön. Hast du die jetzt extra mitgebracht? Was? Nein. Wir müssen jetzt hier nur 14 Stunden liegen bleiben. Okay. Er muss tiefer in den Regenwald. Das Problem ist, der Regenwald ist so klein, dass wenn ich tiefer in den Regenwald gegangen bin, ich quasi schon einmal durchgelaufen bin. Ja. Ofenrohr, viel Spaß beim Schulkram. Das habe ich zum Glück hinter mir. Und Manni auch. Juhu. Yes. Ich bin fertig in jeglicher Hinsicht. Ja, und einen Bachelor hat sie auch. Ja. Genau. Freitag, den letzten Scheiß noch bestanden. Oh, das wäre auch so kacke. Du bist komplett mit allem fertig und dann durchgefallen. Ja. Und dann hype dich dein Prof auch noch so hoch. Ja, das sieht alles gut aus. Wird eine Eins und dann Fünf. Obwohl, kann man mit durchfallen? Ja. Also wenn Note Fünf dann durchgefallen oder was? Äh, 4-0 darfst du. Ah. Mit 4-0 bestehst du gerade noch. Alles, was schlechter ist, wird mit 5-0 gewertet oder bist du durchgefallen? Uff. Hm. Glückwunsch dazu und suchen einen anderen Regenwald. Ja, werde ich jetzt machen. Aber dafür werde ich erst ein Lager und noch, äh, ich glaube, ich brauche noch einen Karren oder so. Die werde ich dann noch mitnehmen. Willst du auch einen Fahrstuhl mitnehmen? Trinkt mir nicht so viel, wenn ich unten bin. Ich rufe dich dann einfach, da musst du zu mir kommen. Ich habe, ich habe noch einen, ja genau, ich habe noch einen Knopf fertig gemacht. Ah, das ist gut. Aber wie platziere ich den? An der Wand. Ja gut, wenn ich dann schon unten im Loch bin, ne? Ja. So, der ist nur in der, äh, Werkstatt. Äh, Holzwerkstatt. Warte, ähm, hattest du das Lager schon mitgenommen? Nee. Es war ja bis oben hin voll. So, und warum geht das Öl nicht weiter? Oh, yeah. Aber, aber. Oder ist der Strom leer? Ah, wahrscheinlich ist der Strom leer. Okay, dann müssen wir... Äh, wie machen wir das denn am besten? Ich hole nochmal eben Rohre. Ja, da, 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 hey. Okay. 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 Huh. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, kein Kraftstoff mehr. Das funktioniert. Das war's für heute. Okay, Glasfaser-Kunststoff. Oh, Kunststoff. Das waren zwei, ne? Zwei Pellets ergeben. Verdammt, wieso guck ich nicht richtig? Okay. So. Und wir brauchen fünf Pro. Ja, also 50, 60. Oh. Oh. Okay. Nice. Okay, äh, ich wünsch dir auch einen schönen Abend und äh, gute Nacht und so. Äh, Manni? Hm? Wenn du kurz wartest... Oh, verdammt. Wir brauchen noch 20... Glas. Ich wollte schon sagen, du sagst jetzt nicht 20 Eisen, ich glaub dann hau ich dich. Ne, wir brauchen aber 40 Sand. Hm. Das ist nicht so geil. Äh, vielleicht geht's noch. Ihr hört sich jetzt direkt an, du ist nicht so geil. Es ist nicht so geil. Wo bist du? Du musst mitkommen. Du musst mitkommen. Oh Gott, weil wir sind jetzt auf dem Weg zu neuem Werkzeug. So. Was ist denn das nächste Werkzeug? Äh, hier die, äh, moderne Schaufel und sowas. Okay, also was wird das denn gemacht? Glasfaser und, ja. Hm. Oh, warte mal eben. Oh, warte mal eben. Oh, warte mal eben. Oh, und weiter pennen. Okay, dein Charakter guckt zum Glück überhaupt nicht gruselig auf mich. Ja, das ist richtig schlimm. Jetzt stell dir mal wirklich vor, du wachst nachts auf und jemand guckt dich so an. Äh, ja. Da würde ich mich, glaube ich, nur dezent einscheißen. So, jetzt müssen wir wieder alles einladen. Okay. 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 Aber es ist schon krass, wenn man sich so getan hat hier in der Welt, ne? Wenn man jetzt noch einmal durch diese Welt laufen würde, ohne dass das alles hier da ist. Ja. Ja. Wäre schon sehr krass. Oh Gott, was geht mit den Viechern ab? Ich hab gar keine Ahnung. Oh oh. Ah. Wow, ich brauche Blacksmith 5. Bei was bin ich? Blacksmith 4. Verdammt. Wie levelt man das denn am schnellsten? Ich hab... In der Schmiede, oder? Ja. Aber das hier zählt, glaube ich, auch als Schmiede. Moment, ich stell einfach mal ein paar Segelblätter her. Ich brauche hier. Das war's für heute. Okay. Okay. Wow. 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 Wie viele fehlen noch? 24. Wow. 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 Das war's für heute. 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 Ah. Okay. 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 So. So. Okay. 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 Alright. Okay. 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 Das war's für heute. Hat einfach keiner gesehen, dass in dem Steinlager jetzt Holz liegt. Ach. Das wird natürlich gleich alles ordnungsgemäß wieder nachgepflanzt hier, nur halt nicht da, wo es im Weg steht. Das ist schon mal gut. Ja, ja, ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum hast denn du jetzt den weggerissen? Weil ich die hier schön in der Linie legen wollte. Ach so. Buddel mal weiter. Sag mal. Guck mal dahin. Ähm. Warte. Oh, warte. Lass mal liegen. Oh. Zu spät. Entschuldigung. Ja, alles gut. Das sah nur sehr lustig aus. Ja. Oh, Junge. Jetzt machen wir damit schon drei in einer Reihe. Ey. Ey. Ach, ich brauch gar nicht. Warte mal eben. Eins, zwei, drei, vier. Oh Gott. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Oh Gott. Nein, nein. Ja. Ja. Ja, deswegen hatte ich auch meine Tür gerade versetzt, damit das hier so ein bisschen hübscher aussieht. Ja. Und nichtители. Ja. Ich kann man nachher zu. Ab Ru. Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ah, wo geht's hin? Okay, kein Ton mehr, sauber. Ja. Okay, kein Ton mehr, sauber. Okay, kein Ton mehr, sauber. Ja, es funktioniert wieder. Sehr gut. Ähm, wo finde ich den Aufzug und den Knopf? Äh, im ersten Lager rechts. In der, äh, Holzverarbeitung. Ah, okay. Danke. Bodo. Das war's. Was geht? Hoi. Ich wollte noch irgendwas fragen. Achso, du hast nicht rein zufällig den besseren Bohrer auch noch gemacht, oder? Nee, der braucht einen Motor und Benzin. Eww. Ja. Dann suche ich mir meinen Bohrer wieder raus. Okay. Ich kann dir aber eben einen hier reinpacken in den Kofferraum. Ja, hier unten liegt meiner direkten Natur. Also, ich hab dich nicht mit der Kofferraum, aber nicht. Ich hab dich nicht auf den Kofferraum, ich hab die Kofferraum gebeten in Kofferraum. Das war's für heute. 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 Oh Gott, brauchen wir da viel Substrate. Das kann ja nur nervig werden. Okay, also... Nehmen wir mal ein bisschen... Bisschen Krams mit. Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. 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 Ich glaub' zuerst. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. aber dann sehen wir uns morgen 18 uhr wieder im stream dann spielen wir eine runde minecraft und ja genau das war soweit aber für heute ist ein feierabend ich wünsche euch einen angenehmen abend tag nacht wie auch immer und dann reden wir zu manni rüber nachrichtet sich an erwachsen also dann schönen abend euch